Lektion 339 Ich werde das empfangen, was auch immer ich erbitte. Für das Ego ist dies eine furchtbare Lektion, aber wir haben ja ein zentrales Thema. Was ist das Ego? Und das bedeutet, hier wird es total entlarvt. Und für manch einen, der diese Lektion hier hört, der kann sich selbst wieder in Angst versetzen oder in Schuld versetzen. Was? Ich habe diese Krankheit gewählt? Ich habe diese grässliche Beziehung gewählt? Ich habe diesen Schmerz gewählt? Ich habe diese Sorgen und diese katastrophale Situation gewählt, in der ich mich befinde? Das kann doch nicht sein. Unser Geist ist völlig verdreht. Er wählt den Schmerz, um sich als Körperanwesenheit zu definieren. Er wählt all die Dinge, um Form und diese Traumwelt wahrzumachen. Natürlich ist sie nicht wahr, aber in unserem Geist ist sie lebendig als die Bilder, die wir in unserem Geist tragen. Und wir wiederholen diese Bilder immer wieder und immer wieder, bis wir sie in die Vergebung bringen. Denke bei geschlossenen Augen an deine Eltern, du hast sofort ein Bild. Und dann kannst du dich erinnern, was geschehen ist und was nicht geschehen ist. Du hast sofort ein Bild. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Das dürfen wir wirklich nie vergessen. Und wir müssen verstehen, dass das Ego wahnsinnig ist. Und was kann ein wahnsinniger Geist, mit dem wir uns identifizieren, hervorbringen? Er kann nur dieses Chaos hervorbringen. Und das ist es, was wir wirklich verstehen wollen und möchten und müssen. Die Welt wurde aus einem wahnsinnigen Geist gemacht. Und die Welt, die wir gemacht haben, bietet keine Lösung an, sondern nur weitere Konflikte. Und in unserer Lust nach ist schon wieder der Schmerz verborgen. Und wir rufen nach dem Schmerz. Wir glauben, dass wir nach der Lust, nach sinnlichen Freuden, nach einem schönen Urlaub, nach einer besseren Bezahlung oder ähnliche Dinge mehr rufen. Aber in Wahrheit betrachten wir die Kehrseite nicht. In Wahrheit rufen wir immer nach Schmerz. Wir wollen unbedingt gesund bleiben. Denn die Kehrseite ist natürlich, und das weißt du, die Krankheit. Das Unbewusste wartet. Solange wir auf der Formebene nach Gesundheit suchen, müssen wir das Gegenteil erfahren. Solange wir auf der Formebene nach einer glücklichen, harmonischen Beziehung oder mehr finanziellen Wohlstand ersuchen müssen, müssen wir, und das weißt du ganz genau, das Gegenteil, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt nach des Egos Drehbuch erfahren. Wir müssen Verlust erfahren. In einer dualen Welt. Und dann ist es ganz normal, dass eine Krankheit auftaucht. Ja, die hat ja jeder. Aber jetzt hat es halt mich erwischt. Und es ist ganz normal, dass dieses und jenes auftaucht. Aber jetzt habe ich halt Pech gehabt. Es hat mich erwischt. Und wenn wir all das, was wir wirklich wollen, nicht mehr auf der irdischen, auf der dualen Ebene suchen, dann werden wir im Geiste erwachen. Und das bedeutet, wir lösen uns von den irdischen Konflikten, Problemen, Sorgen und Krankheiten. Das bedeutet nicht, dass du ewige Gesundheit, also körperliche Gesundheit erfährst. Das kann sogar passieren, dass du eine Krankheit erfährst, aber sie wird bedeutungslos. Es kann passieren, dass du nach des Egos Drehbuch irgendeinen Mangel oder irgendwelche Konflikte oder einen Krieg erfährst. Aber er wird bedeutungslos für dich. Trotzdem Ja zum Leben sagen Viktor Frankl. Es wird bedeutungslos, egal ob du in einem KZ sitzt und die erniedrigsten Dinge erfahren musst. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und das ist das, was ich durch Viktor Frankls Biografie für mich erkannt habe. Es dreht sich niemals um die Situation, in der wir uns befinden. Wir sind geistige Anwesenheit, wir sind göttliche Anwesenheit. Und das ist es, was wir erkennen wollen. Und du kannst in jeder Situation, ich wähle hier die Freude Gottes anstatt den Schmerz. Ich wähle hier den Frieden anstatt den Kampf. Das können wir ständig immer wieder erinnern. Und wenn wir uns im Kampf befinden, können wir uns einfach sagen, Ups, ich tue mir das wieder mal selber an, denn gestern haben wir erfahren, nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst. Und es gibt niemanden in dieser Welt, der mich beeinflussen kann. Es gibt niemanden in dieser Welt, der mir Schmerz zufügt, der irgendetwas mir zufügen kann. Ich tue mir das alles selber an. Und das ist eine enorme Befreiung, wenn wir sie wirklich annehmen. Und wenn du die Lektion zum Beispiel gestern gemacht hast, ist die heutige Lektion nicht mehr erschreckend. Und so bauen alle Lektionen aufeinander auf. Jede beantwortet alle. Jede Lektion beantwortet alle anderen Lektionen. Und so sind wir heute erneut eingeladen, 365 Lektionen mit einer Lektion zu verstehen, zu verinnerlichen, zu, ja, ich möchte sagen, inhalieren. Und es gibt nichts Befreiendes, als zu verstehen, ich tue mir dies alles selber an. Und dann bin ich nicht mehr das Opfer der Welt, sondern ich befinde mich in meiner majestätischen Aufgerichtetheit. Ich kann keinen Schmerz mehr erfahren, wenn ich verstehe, dass ich mir das alles selbst antue und das, was ich gerade erfahre, wahrnehme, durch den Heiligen Geist in mir lösen lasse. Ja, es stimmt. Manchmal scheint es wirklich sehr viel zu sein. Gerade wenn wir mit dem Kurs beginnen und auch während dem Kurs lernen, kommen immer wieder mal Phasen, wo wir glauben, wow, das ist ja mega, was sich hier gerade alles zeigt, ich fühle mich überfordert. Wer ist es denn, der sich überfordert fühlt? Es ist nur das Ego. Und dann können wir sagen, ups, ich scheine wieder einmal Schmerzen wählen zu wollen. Ah ja, ich scheine wieder mal eine Überforderung wahrzunehmen. Überforderung ist nur im Egogeist. Natürlich. Und wenn du glaubst, ich habe noch so viel zu tun, bevor ich dieses und jenes mache, dann sag dir einfach, das ist einfach nur wieder eine weitere Falle. Und es wird alles gelingen. Alle Dinge finden einen glücklichen Ausgang. Es wird alles gelingen, wenn wir dem Heiligen Geist folgen. Wenn wir der Stimme Gottes folgen. Und wenn du irgendwelche eigenen Pläne machst, dann sag einfach, Heiliger Geist, diesen Plan möchte ich mit dir in Erfüllung bringen. Und dann wirst du merken, auf welche Weise er gelingt oder ob er überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise von Belang ist. Wenn du eigene Gedanken hast über deine Beziehung oder deine Welt, in der du dich befindest, dann sagst du dir, ich möchte nur noch die Gedanken Gottes denken. Und so müssen wir wirklich wachsam werden gegenüber den Dingen, die sich in unserem Dasein zeigen. Wir können nicht mehr so tun, als ob das mit dem Egogeist schon noch funktionieren wird. Es funktioniert nicht. Dass diese Idee, naja, wir müssen, ach ja, jetzt bin ich halt gerade im Konflikt, das wird schon wieder vorüber gehen. Ja genau, wer sagt das? Das Ego. Löse den Konflikt in deinem Geist. Er ist deshalb da, damit du ihn löst. Die Begrenzungen sind da, damit du sie erfährst. Aber nicht mehr, um damit zu hadern oder zu zweifeln, oh, jetzt studiere ich schon so lange diesen Kurs. Ich studiere schon, ich habe den Kurs schon über 20 Jahren bei mir und ich komme immer wieder mit Begrenzungen in Berührung. Dann begrüße ich diese. Die Begrenzung muss da sein. Ich kann auch mit Begrenzungen leben. Ich meine, ich erfahre mich hier immer noch als Körper und natürlich hat dieser Körper Begrenzungen. Aber ich gehe da rüber hinaus. Ich halte mich nicht mehr mit Begrenzungen auf. Im Geiste sind wir frei. Und dann macht der Körper die begrenzten Dinge, die er eben tun kann. Aber wir sind nicht mehr die Begrenzung, sondern wir sind der freie Geist. Und dann wird er eben krank, dieser Körper. Aber ich erfahre diese Krankheit nicht mehr, denn ich bin freier Geist. Krankheit ist Begrenzung. Genauso wie irgendein Beziehungskonflikt. Das sind alles Begrenzungen. Aber wir sind nicht dieser Konflikt. Und die Begrenzung muss sich zeigen. Das müssen wir wirklich wissen. Und alles, was sich in deinem Dasein zeigt, muss sich zeigen, damit du dich davon erlöst. Aber nicht die Formebene veränderst, sondern den Inhalt. Und der Inhalt, das bedeutet, ich verändere meinen Geist. Und wenn ich mit dem Heiligen Geist auf die Situation schaue, und es spielt jetzt wirklich keine Rolle, für den Heiligen Geist ist eine Korrektur nicht schwieriger als eine andere. Es gibt keine Unterschiedsgrade der Probleme oder Konflikte. Sobald ich wirklich mit dem Heiligen Geist auf die Situation schauen möchte, werde ich befreit davon. Ich bin nicht mehr involviert. Ich habe Phasen gehabt, wo ich, und das sehe ich immer wieder bei Kursschülern, die gerade beginnen, ich habe Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, ja gut, okay, Vergebung. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Ich habe den Kurs zehn Jahre bei mir gehabt, und ich habe nicht gewusst, was ist denn Vergebung? Und heute kann ich es dir eindeutig sagen, die heutige Lektion ist eine Vergebungslektion. Ich möchte dich, ich möchte die Krankheit nicht mehr in der Welt sehen, ich möchte die Sünde nicht mehr in der Welt sehen, ich möchte den Fehler nicht mehr in der Welt sehen. Ich wollte ihn bisher dort sehen, weil ich es in mir erfahren wollte. Und Vergebung möchte erlernt werden. Und dann habe ich über Jahre gehadert, weil sich eine Situation nicht verändert. Ich erfahre sie ständig, ich erlebe sie in meinem Geist, ich schließe die Augen, ich sehe die Situation in meinem Geist, und ich erfahre sie auf der Formebene. Über Jahre hinweg, bis ich feststellte, dass ich an der Situation noch festhalte. Ich möchte sie genau so haben. Ich möchte den Schmerz darin erfahren, ich möchte das Leiden darin erfahren, und ich möchte all die Dinge erfahren, die sie hervorbringen. Und das hat bei mir Jahre gedauert, um das zu verstehen. Und du kannst das heute mit dieser Lektion verstehen. Wenn du ehrlich bist, bemerkst du, ich scheine mir noch irgendeinen Vorteil davon zu versprechen, wenn ich die Situation erfahre. Und es dreht sich jetzt um jede Situation. Egal, mit welcher Krankheit du dich identifizierst, oder welcher Beziehungskonflikt, oder welche Kriegssituation, oder welche Dürre oder Hungerkatastrophe du erfährst, es gibt etwas in dir, das darum bittet. Du scheinst dir noch irgendeinen Vorteil davon zu versprechen. Du siehst deine kranken Eltern, es scheint noch irgendeinen Vorteil darin zu geben. Du siehst die Welt, so wie du sie siehst, es scheint noch irgendeinen Vorteil darin zu geben. Und das ist es, ich werde das empfangen, was auch immer ich erbitte. Und der Vorteil ist natürlich immer, dass du dich als die eingebildete Persönlichkeit weiterhin definieren kannst. Fühle nach, ob es für dich stimmt. Finde das für dich heraus. Meine Worte nützen dir gar nichts. Du bist eingeladen und aufgefordert, dies für dich herauszufinden. Und du siehst, da bedarf es wirklich einer richtig großen Portion Ehrlichkeit, Selbstehrlichkeit. Und dann beginnst du nicht mehr, die Welt zu belügen hinter deiner Maske. Und dann begegnest du nicht nur Masken, die dir irgendetwas vormachen, was du gerne in dieser Welt wahrnehmen willst, sondern du begegnest endlich dem Christus, nach dem du suchst. Und nicht mehr dem Schmerz. Und nicht mehr der Begrenzung. Welch wundervolle Botschaft. Welch herrliche Nachricht. Diese Nachricht lohnt es sich wirklich zu hören. Diese Nachricht lohnt es sich wirklich umzusetzen. Sie zu praktizieren. Hey, abgefahren. Ich habe diesen Schmerz schon immer gewählt. Ich habe diesen Beziehungskonflikt schon wieder gewählt. Ich habe diese Krankheit und all das schon wieder gewählt. Jetzt. Jetzt ist endlich die Zeit, dies dem Heiligen Geist zu übergeben. Gib du mir deine Sicht. Zeige du mir, was das wirklich bedeutet. Damit ich all das nicht mehr wählen muss, um mich in dieser körperlichen Hülle zu erfahren, zu definieren und dementsprechend begrenzt zu sein. Ich denke, dass ich entspr SOLVE Ich werde das empfangen, was auch immer ich erbitte. Niemand verlangt nach Schmerz. Doch kann er denken, Schmerz sei Lust. Niemand möchte sein Glück vermeiden. Doch kann er denken, dass Freude schmerzhaft, bedrohlich und gefährlich sei. Jeder wird das empfangen, um was er ansucht. Doch kann er für wahr verwirrt sein über die Dinge, die er will und über den Zustand, den er erlangen möchte. Um was kann er denn ansuchen, was er wollen möchte, wenn er es empfängt? Er hat um das gebeten, was ihn in Angst versetzen und im Leiden bringen wird. Heute wollen wir beschließen, um das zu bitten, was wir wirklich wollen und nur um das. Damit wir diesen Tag in Feuchtlosigkeit verbringen mögen, ohne Schmerz, mit Freude oder Furcht, mit Liebe zu verwechseln. Heute wollen wir beschließen, um das zu bitten, was wir wirklich wollen. Und jetzt, du weißt es, muss ich dir eine Frage stellen. Was willst du wirklich? Und ich vermute, es wird eine Antwort in dir auftauchen, die folgendermaßen klingen kann. Frieden, Liebe, Freude, Lachen, Licht. Das ist das, worum du wirklich bittest. Alles andere hast du dir gewünscht, um dieser Welt einen Schein der Wirklichkeit zu geben. Gott sei Dank können wir das heute beenden. Dieses Gebet, das uns hier in diesem Kurs, in dieser Lektion angeboten wird, Ich lade dich ein, dieses Gebet, dies ein paar Mal zu lesen oder dir anzuhören. Höre es dir immer wieder an, damit du die tiefere Bedeutung begreifst. Und wenn du willst, höre dir auch diese Session noch einmal an, damit du die tiefere Bedeutung begreifst. Geh nicht einfach darüber hinweg. Lausche diesen Worten, lausche diesen Worten in diesem Kurs in Wundern. Fühle die tiefe Bedeutung, sodass du nicht mehr wiederholen musst, was dich klein macht, was dich leiden lässt und all der Dinge mehr. Vater, dies ist dein Tag. Es ist ein Tag, an dem ich nichts alleine tun, sondern deine Stimme in allem, was ich tue, hören möchte, indem ich nur um das ansuche, was du mir anbietest, und nur die Gedanken akzeptiere, die du mit mir teilst. Danke für dein Lauschen und danke für deine Hingabe an die Wahrheit. Danke für deine Selbstehrlichkeit und für deinen Mut, dich diesen Dingen zu stillen. Es lohnt sich. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch-Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser Dein Gottfried Sumser